Wir waren eine verfickte Familie und du hast versucht, uns zu töten. Ich habe eine Frage an dich. Wie hast du dir das vorgestellt? Wolltest du eine Maske aufziehen und vorgeben, ganz normal zu sein? Ich werde dich immer finden. Ist doch egal. Spielt sowieso keine Rolle mehr. Das Gesetz hält uns davon ab, zu wilden zu werden. Das Gesetz hätte sie nicht gerichtet. Ein Mensch kann nur ein gewisses Maß an Dunkelheit ertragen, bevor er blind wird. Letzten Endes musste er nicht mit ansehen, welches Monster er geworden war. Untertitelung des ZDF, 2020